Sehr geehrte Fahrgäste! In Kürze erreichen wir Kreise. Dort haben Sie Anschluss an Züge des Fern- und Regionalverkehrs. Dieser Zug endet dort. Wir bitten Sie, alle auszusteigen. Die HLB verabschiedet sich von Ihnen, auch im Namen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Ostloher Straße. Übergang zur U-Bahn-Linie U9, zur Straßenbahn und zum Bus. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste, auszusteigen. Ausstieg links. RE 5 nach Frankfurt Hauptbahnhof. Nächste Haltestelle. Strahlenberger Straße. Nächste Station. Frankfurt Main Hauptbahnhof. Ausstieg rechts. Unsere Zugfahrt endet dort. Sie haben folgende Anschlüsse. RE 4 in Richtung Karlsruher Hauptbahnhof über Mainz Hauptbahnhof um 17.38 Uhr. von Gleis 23, ICE 276 in Richtung Berlin Hauptbahnhof über Leipzig Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt 17.13 Uhr, heute voraussichtlich um 17.40 Uhr, von Gleis 8, RB 34 in Richtung Stockheim über Frankfurt West um 17.46 Uhr, heute von Gleis 16. Next stop. Frankfurt Main Central Station. Change here for regional and long distance services. This train terminates here. Please alight. Nächste Station. Cottbus Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Diese Fahrt endet dort. Bitte aussteigen. Next stop. Cottbus Hauptbahnhof. Exit to the right. This is the last stop. All change please. Station Neustadt Böbig. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. RE 30 nach Kassel Hauptbahnhof. Bitte beachten Sie, dass die Türen jetzt zwanghaft geschlossen werden. Bitte halten Sie Abstand von den Türen. Nächster Halt. RE 30 nach Kassel Hauptbahnhof. Ausstieg rechts. Es besteht Übergang zum übrigen Regionalverkehr. Dieser Zug fährt nach Karlsruher Hauptbahnhof. Nächste Haltestelle. Walder Kolb Schule. Würzburg Hauptbahnhof. Nächste Station. Würzburg Hauptbahnhof. Bitte achten Sie beim Umsteigen auf die Fahrplanaushänge und weitere Informationen am Bahnsteig. Diese Zugfahrt endet dort. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen und danken Ihnen für Ihre Reise mit dem Franken-Thüringen-Express. Zug nach Britz-Süd. Einsteigen bitte. Zurück bleiben bitte. Nächste Station. Wissamburg. Es besteht Übergang zum übrigen Regionalverkehr. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Prochaine Array. Wissamburg. Priere de tenir compte des Informations sur le quai, lors de la Correspondance. Terminus. Nous prions tous les Passagers de descendre, en les remerciant d'avoir voyagé avec la Deutsche Bahn. Stieg in Fahrtrichtung rechts. Sorti à droite, dans le sens de circulation. In Kürze erreichen wir Aschaffenburg Hauptbahnhof. Dort haben Sie Anschluss an Züge des Fern- und Regionalverkehrs. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Schifferstart. Ausstieg rechts. Sie haben folgende Anschlüsse. S1 in Richtung Osterboten über Mannheim Hauptbahnhof um 11.20 Uhr von Gleis 2. S1 in Richtung Neustadt-Weinstraße Hauptbahnhof über Hassloch um 11.41 Uhr von Gleis 3. S1 in Richtung Moosbach-Baden über Mannheim Hauptbahnhof um 11.45 Uhr von Gleis 2. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit der S-Bahn Rhein-Neckar. Auf Wiedersehen. Nächste Station. Limburg. Es besteht Übergang zum übrigen Regionalverkehr. Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste, auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächster Halt. Börschmünden. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station. Kassel Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Fahrgäste bitte alle aussteigen. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Liebe Fahrgäste, herzlich willkommen im RE2 nach Erfurt Hauptbahnhof über Eichenberg, Heilbad Heiligenstadt, Leinefelde, Mühlhausen und Bad Langensalza. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächste Station. Hannover Schmünden. Nächste Haltestelle. Bornheim Mitte. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie die Sperrung der Linie O4 zur Seckbacher Landstraße. Fahren Sie mit den Buslinien 38 und M43. Umsteige Möglichkeit zu den Buslinien M34, 38 und M43. Ausstieg auf die Straße. Bitte den Verkehr beachten. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie im RE3 über Frankfurt am Main, Flughafen Regionalbahnhof, Mainz Hauptbahnhof und Gensingen-Horweiler nach Bad Kreuznach. Flex wünscht Ihnen eine angenehme Fahrt. Nächster Halt. Frankfurt am Main, Flughafen Regionalbahnhof. Britz. Süd. Übergang zum Bus. Dieser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Ausstieg links. Nächste Haltestelle. Rohrbachstraße, Friedberger Landstraße. Umsteigemöglichkeit zur Straßenbahnlinie 18. Ausstieg auf die Straße. Bitte den Verkehr beachten. In Kürze erreichen wir Frankfurt Main Süd. Umsteigen zur S-Bahn. Zur U-Bahn Richtung Frankfurt Innenstadt. Zum lokalen Straßenbahn- und Busverkehr. Zum Regional- und zum Fahrverkehr. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nächste Station. Grabenneudorf. Ausstieg rechts. Es besteht Übergang zur S-Bahn sowie zum übrigen Regionalverkehr. Nächste Haltestelle. Friedhof Sinklingen. Tarifgrenze. Nächster Halt. Rastatt. Ausstieg rechts. Nächste Station. Speyer Hauptbahnhof. Ausstieg rechts. Ausstieg rechts. Nächste Haltestelle. Neuzeitsrhein. Nächste Station. Eichenberg. Bitte achten Sie beim Umsteigen auf die Fahrplanaushänge und weitere Informationen am Bahnsteig. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Ausstieg rechts. Ausstieg rechts. Ausstieg rechts. Ausstieg rechts. Ausstieg rechts. Gerstissement links. Ausstieg rechts. Ausstieg rechts. watching. Ausstieg rechts. Untertitelung des ZDF, 2020